Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einem neuen Video von Idle Clans. Und zwar geht es heute um die Zimmerei. Warum speziell nur um die Zimmerei es jetzt geht, ist ganz einfach, weil öfters die Fragen kamen in Global Chat, sage ich jetzt mal, und innerhalb des Clans. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wozu zum Teufel die Zimmerei ist? Kostet Geld, Bretter herzustellen? Gut, die Zimmerei ist etwas Wichtiges tatsächlich. Und ihr könnt es auch gratis herstellen, die ganzen Bretter. Ich zeige euch auch wie und da braucht ihr allerdings ein bisschen Gold. So, aber zuerst einmal, wie kriegen wir das hin, dass es in der Zimmerei null Gold kostet? Weil, ich frage mich immer noch, warum es überhaupt so diese Funktion gab, dass es gekostet hat, aber man kann es tatsächlich, ja, gratis machen. Und zwar gehen wir auf lokalen Markt und dort kennt ihr ja diese Aufrüstungsladen hier oben. Weil ihr habt einmal Laden, die Meisterschaftsumhänge und Ausrüstungsladen. So, da beginnt man hier oben, man sieht eben halt Sachen, die man freischalten, aufwerten kann und so weiter. Wie zum Beispiel auch, wenn man weiß, man ist nur höchstens einmal am Tag drin und schafft es nicht, innerhalb von zwölf Stunden immer wieder mal nachzugucken, kann man sich hier Stunden holen. Aber darum geht es jetzt nicht und zwar geht es eher darum, in dieser Kategorie hier mit Fertigkeiten, dieses süße Schweinchen hier, diesen Plankenschnäppchen, das zu bekommen und zwar auf Stufe 3. Stufe 1 kostet 500.000, Stufe 2 müsste eine Million gekostet haben und Stufe 3 war 2 Millionen, das heißt ihr müsst 3,5 Millionen an Gold haben, um dann eben halt 100% kostenfreie Arbeiten im Zimmerbereich zu haben. Das hier will ich auch am liebsten haben, aber ich spare momentan noch mein Gold für was anderes, deswegen, ah egal, ich will nicht abschreifen. Also wenn ihr das habt, kostet in Zimmerei es nur noch Holz und immer ein Brett kostet es, es erhöht sich hier nicht in diesem Ganzen, sondern es bleibt bei einem Stamm pro Brett. Und es sind dann 0 Gold, bei 100% von dem ganzen Preis ist eben halt dann alles weg an Kosten. So, so macht ihr das. Wozu also die Zimmerei jetzt machen? So, erstens gibt es die Clansachen. Die Clansachen, das ist hier die allgemeine Statistik aller Spieler zusammengerechnet. Das ist der Durchschnitt von allen zusammen und den erhöht man, indem man selber seine Skills zum Beispiel erhöht. Wir sind zur Zeit dran, auf 65 Zimmerei zu kommen. Da steht dann Erfahrung zum nächsten Level, 1735. Ich produziere jetzt Bretter, um das zu leveln für uns. Andere machen das tatsächlich auch sehr fleißig, damit wir nämlich auf 65 kommen. Ganz einfach, warum? Weil wir in das Housing bzw. Fähigkeits-Erfahrungsbonus-Steigerung noch drin sind. Und dort gibt es eben halt Anforderungen, die man erfüllen muss. Und zwar unter den Fertigkeiten. Und wie ihr sehen könnt, ist hier Zimmerei 65. Wir haben das Gold schon, Ahornbretter und Stahlbarn haben wir fertig und sehen dann, was wir bekommen. Und diese 5% mehr Erfahrungsbonus klingt echt geil. Und ist auch wichtig, weil umso höher man kommt, umso langsamer wird man ja in den ganzen Fertigkeiten, also in den Berufen und so weiter. Und genau das ist es halt. Wir versuchen hier Zimmerei hochzumachen. Aber das ist nicht alles, was der Clan damit machen kann. Es gibt in Reiter Aufrüstungen auch noch. Da gibt es auch jede Menge Anforderungen, die man erfüllen muss, um eben halt Sachen freizuschalten, damit es noch besser und geiler ist im Spiel. Mehr, einfach mehr machen kann, schneller alles geht, leichter alles geht. Ihr kennt es bestimmt auch in anderen Spielen. So. Und hier taucht zum Beispiel auch Zimmerei 75 auf. Als Beispiel. Hier zum Beispiel alles die Beschaffer- bzw. Sammlerberufe und so weiter und so weiter. Also wirklich viel. Viel, was man, ne? Aber das ist, glaube ich, das Höchste, was man hier braucht. Hier 75 ist, glaube ich, das Höchste, was man im Clan selber braucht. Ja. Das ist dann, dann kann man das so ein bisschen vernachlässigen, wenn man das selber nicht mehr braucht oder sowas, um das zu leveln für den Clan. Aber ist 75 eine geile, wichtige Zahl dann. So. Es gibt aber auch für ein Selbst auch Anforderungen, damit man Sachen freischalten kann. Wie zum Beispiel, weil es ja auch das für ein Selbst selber gibt mit dem Fertigkeitserfahrungsbonus. Und zwar habe ich jetzt Stufe 3. Da brauche ich 70 Zimmerei. Dann kann ich das erst kaufen. Vorher ist das gesperrt. Ich kann machen, was ich will. Geht nicht. Geht nicht. So. Weil das hier eben halt fehlt. Ja. So. Hier ist es Gott sei Dank nicht so. Und hier sieht man zum Beispiel beim Kampf, da ist zum Beispiel Essen wichtig auf 90, damit man willerischer Esser auswählen kann. Also es gibt immer wieder diese Anforderungen, wo man welchen Beruf braucht. Hier zum Beispiel auch nochmal 75 Prestige Holzbearbeitung erhaltet 10% mehr Gold, wenn du Bretter an das Spiel verkaufst. Also den lokalen Markt quasi und nicht den Spielermarkt füllst mit deinen Brettern. Und das ist auch das höchste, was ich hier gefunden habe, wofür eben das Holzzimmerei, Holzverarbeitung wichtig ist mit 75. Also ich habe noch nicht gesehen, korrigiert mich gerne, aber ich habe noch nicht gesehen, dass man unbedingt für Sachen zum Freischalten magisches Bretter herstellen muss. Es kann aber sein, was ich leider vermute, weil ich bin noch nicht so weit, dass Transporte, also beziehungsweise hier die Fertigkeitserfahrungsbonus, potenziell immer weiter steigt. Das ist auch im Klaren, dass es immer weiter steigt, dass man immer weiterhin, immer Zimmerei braucht. Und hier ist es aber schon bei 70, deswegen finde ich das schon knackig. Aber deswegen mache ich jetzt zur Zeit die Zimmerei hier auf 70, damit ich mir das vielleicht dann auch mal leisten kann. Umso schneller kann ich nämlich dann meinen Schmieden und meinen Bergbau machen, damit ich nämlich mit dem Titan endlich weitermachen kann. Also mit dem Titanium-Erz. Und hier unten fehlt mir hier auch noch ein bisschen, um die Barren herzustellen, um das eben halt zu verkaufen, weil zur Zeit Kohlen-Erz schwierig. Ich zeige das mal ganz kurz. Die sind so sehr beieinander hier mit den Preisen beim Verkauf und Ankauf, dass sich das bei dem Ganzen kaum lohnt. Also zur Zeit würde ich jetzt da nicht wirklich viel Geld machen in dem Bereich. Wenn nämlich der Verkauf irgendwann unter dem Ankauf ist, weil die Leute wollen sich immer weiter unterbieten. Es ist halt freie Marktwirtschaft. Man unterbietet immer weiter, damit man der Erstverkäufer oder der Erstankäufer ist, um dann eben halt da Gewinne zu machen irgendwie. Aber jetzt ist es so dicht. Und bei Titan, das ist zum Beispiel die Barren, da sind noch ein klein bisschen noch ein Unterschied. Aber der, ne, man sieht schon, wie groß die Sprünge manchmal auch ist. Und hier hat man das Erz zum Beispiel, die nähern sie alle sehr an. Aber noch könnte man da mehr Gewinne machen als eben halt bei Kohle-Erz. So. Also man ankauft und verkauft, wenn man das macht. Wenn man nur verkauft, ist das auf jeden Fall ein Gewinn. Zu dem, was man nur bekommt pro so einen Kohlebarren, das sind nämlich nur elf. Und das war ja eben halt von der Differenz her deutlich mehr. 120 ist mehr als elf. Also muss ich glaube ich nicht erklären, dass das mehr ist, oder? Äh, jedenfalls, das war die Zimmerei. Die ist wahnsinnig wichtig für eben halt schnelleres Voranschreiten im Spiel selbst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen erklären. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Und es wäre super geil, ein Abo zu bekommen. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.